wir starten mit einer neuen sessionen dafür viel mein kraft ich war zwischendurch wieder im meter unterwegs sieht man vielleicht hier an dem ein oder anderen blog ich das sogar noch ein bisschen ziehen erde hier in der kiste wusste ich auch nicht mehr habe ich nicht gesehen so wir haben jetzt auch level 50 sogar weil ich noch nebenbei im meter mit der glücksspitze g neta quarz gesammelt hatte war auf der strecke wo ich halt den basalt und so weiter und den schwarz stein war dann doch relativ viel zu sehen immer ja und nebenbei habe ich dann auch hier ein bisschen sortiert gehabt hier ist jetzt unser meter quarz drinnen ja ich auch noch ein bisschen hier noch ein paar einzelne dann habe ich genau hier die spinnnetze und die zäune von dem lager auch drüben geholt die diamanten markt und schmeißen einsortiert also ein bisschen hat sich hier schon wieder getan wenn ich jetzt noch wüsste welchen keller als erstes das war der lagerkeller also am lager hier unten glaube ich der genau sehr sehr gut eigentlich müsste ich gleich wieder verzauberung machen nicht dass wir wieder sterben und dann die ganzen level weg sind jetzt habe ich die pilze nicht eingepackt ist die machen ja auch ein geräusch so ein bisschen cool gut den würde ich jetzt auch einfach wieder mitnehmen lassen wir das erstmal blank eine schippe haben wir jetzt noch da dann verwenden wir die auch mal aber hier könnten überall die laternen eigentlich hin ich glaube ich muss mal eine aber nicht hier unten oder alter willst du mich verarschen tschüss da hinten okay ach jetzt komme ich ja gar nicht mehr so einfach rüber stimmt ja ich würde mich gerade einfach unten nach unten fallen lassen ich sage jetzt nicht dass weg da ist er noch jeden tag hirn korallen block kostet auch schon wieder dreismaragde andererseits ich kaufe mir den mal in der hoffnung dass man vielleicht die sachen wenn man es einmal hat irgendwie vermehren kann ach nee stimmt jetzt müssen wir erstmal daran gewöhnen dass ich dir umsetiert habe früher gab es ja oder vielleicht gibt die doch noch aber ich glaube nicht drin dann gab es ja den trick warum ist hier diese block mit dem neta tor dass man objekte beliebig oft vervielfältigen konnte dankeschön schade dass man dem nicht zerkaufen oder da ok ok Oh, 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 oh. ok los geht's ach ja das kann ich alles gerade nicht mitnehmen nur tolle wurst so ich will von hier aus auf sommer ok dann haben wir mal kurz die axt weg ist so und dann ruhig die drei pilze einfach mal immer wieder hin 1 2 3 1 2 3 zack hallo verdammt ihre bestellung bitte oh nein den 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 oben habe ich jetzt auch so ein bisschen schon was wir angepasst beziehungsweise hier habe ich viel mehr mob kram ich würde gerne schlafen ich habe preis dass der körper um wo das klasse verarsch mich nicht verarsch mich nicht so komme ich jetzt vorbei gut den korellenblock ja den euch jetzt wo hatte ich doch diese anderen beiden sachen auch schon die ich eigentlich doch schon längst mal nachgoogeln wollte da ok so und dann ballern war hier jetzt erstmal schwarzstein rein ups gut ich glaube sonst hatte ich auch erstmal keine eigentlich schluss da tötet ich bloß schaffe mit gut hier in den selten könnten natürlich noch was machen hast du bist schreck mich doch nicht so eigentlich brauche ich noch mehr schippen die ganze die ganze seelen den ganzen seelen sand ich will immer wieder erde sagen muss ich auch noch austauschen ich will immer hier rein ich will hier rein ich will hier rein ich will hier rein zack zack dann müsste ich fast als erstes doch noch die seelen erde los werden damit ich nicht platz habe klasse ich will jetzt nichts angreifen damit die nichts verhindern lassen ich will hier rein ich weiß ich bin ich bin Das war's für heute. Das war's für heute. So, erstmal dort mitnehmen, dann kann ich die 16 hier gleich wieder verteilen. Verdammt. Hä? Da konnte ich jetzt doch noch welche mitnehmen. Hä? Versteh ich nicht. Nein. Jetzt hat er die Pilze in die Sammlung. Mist. Mist, 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 Mist. Hm, vielleicht geht das noch auf. Mal gucken. Sehr gut. Gut. Und hier geht's dann in der nächsten Folge wieder weiter. Ja. Spätzt mir dann gemischt. Bis dann. Ja. 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 Ja.